Das wirkt, Herr Koppala, insgesamt derzeit orientierungslos und zerstritten. Es gibt antisemitische Äußerungen in Telegram-Gruppen, Beschwerden über die Zitat-Nasen-Politik der Personalabteilung. Erklären Sie uns, wie chaotisch ist die Lage hinter den Kulissen? Also es gibt keine chaotische Situation hinter den Kulissen. Wir sind als Oppositionspartei, als einzig wahrnehmbare Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Hier geht es natürlich auch um wirtschaftliche Dinge, um die steigenden Verbraucherpreise, um die explodierenden Energiepreise, die wir ja heute ansprechen wollen. Hier wollen wir Antworten vom Bundeskanzler Scholz hören, wie er gedenkt, dem entgegenzuwirken. Denn das sind auch die Probleme, die die Bürger aktuell betreffen. Stellt sich die Frage, Herr Koppala, wie sich die AfD gegenüber der Partei die Freien Sachsen positioniert. Das ist eine rechtsextreme Partei. Wie grenzen Sie sich von den Freien Sachsen ab? So haben wir in den letzten Tagen alles gesagt. Wir unterstützen ganz klar friedlichen Protest auf der Straße. Ich finde es gut und immer mehr Menschen folgen diesen Aufrufen, auf die Straße zu gehen, sich hier auch dem psychischen Druck zu wehren.